Hey Leute und willkommen zu einer Runde The Walking Dead. Wie ihr wisst, wir sind hier ja einmal komplett durchgekommen. Warum mach ich den nicht wieder an? That's what I figured. Wir sind hier ja durch, haben Clementine gerettet bei ihrer schlimmen Verletzung und müssen jetzt hier hinein. Ihr wisst gar nicht, ob wir da schon waren. Möchtest du bitte nochmal versuchen, die Tür aufzuhacken? Achso, ja klar. Haben wir ja leider noch nicht gefunden, die Schlüssel. Stimmt, ich weiß auch wieder, wo wir waren. Es tut mir leid, ich war ein bisschen, wie gesagt, ihr wisst das ja schon durch das letzte The Forest Video. Ja gut, bei The Forest hatte ich Angst. Hier habe ich einfach nur wenig Zeit gehabt zum Spielen. Leider Gottes, wegen Klausurvorbereitung und Borderlands-Vorproduktion und all so ein ganzer Kram. Und die Vorbereitung auf dieses Minecraft-Projekt. Das wir ja haben, wo wir euch ja was bieten wollen bei dem Rollenspiel und wir dachten uns, wir wollten eh nicht sehen, wie wir stundenlang an so einem Ding rumbauen. Also ist das geplant und schon beendet. Was heißt der Bau? Der Bau ist fast fertig dafür. Bald geht dieses Projekt auch endlich los bei uns. Aber jetzt geht es hier erstmal weiter. Ja, jetzt sehen wir uns mal um. Ich würde sagen, wir nehmen jetzt nämlich unsere... Ich dachte eigentlich... Ah, genau. Das war nämlich mein Plan. Deswegen hatte ich die Filmen, weil ich ganz froh, dass wir die haben. Wenn das nämlich funktioniert... Ich denke, du kannst nichts mit diesem? Du weißt, was ich könnte? Was ist das? Es ist universal. Ich könnte es programmen, um mit diesen TVs zu arbeiten, um die Straße zu arbeiten. Ich hoffe, die Power ist noch auf. Ja, das ist einμαik Chopper-Schüb. Es... Wow, superbrain. Nööö. los ich will darüber ich möchte ihm einfach mit der axt mitten in die fresse und es tut mir zwar echt leid dass unser bruder ist ob der kennt uns nein er will uns das erkennt mit der achs in die fresse jetzt so 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 Ich bin traurig. Mein eigener Bruder, auch wenn er so ein Zombie ist, ne? Warum lebst du immer noch? Bitte nochmal, er ist nicht tot. Jetzt ist er tot. Und jetzt bitte die Schlüssel. Alleine der Erfolg jetzt, hey Kumpel. Shit. Wir haben das Turm in der Axt aufgehauen, ne? Mann, das war knapp. Aber wir haben es gemacht. Das ist alles, was wichtig ist. Er hat ein paar Zuckungen. Ich glaube, er ist ein bisschen nervös. Ich habe die Schlüssel. Großartig. Gott, du bist großartig. Lass uns da rein. Ja, ich weiß, dass wir krass sind, Mann. Wir sind halt der krankste Typ der Welt. Kranker Shit und so. Aber ich hätte gewettet, dass wir mit einer Axt durch die Tür kommen. Oh nein. Shit. Wir müssen uns hurry. Fuck. Oh lol. Also, joa. Scheiße, würde ich sagen. Alleine Alarm. Obwohl wir das Ding aufgeschlossen haben. Wer zur Hölle bist denn du? Ja, der bewegt sich doch eh gleich, du spaßt. Ich kann sagen, bewegt sich doch jetzt alles hin. Alles, was laufen kann. Jetzt geht's hier los. Wir müssen hier unbedingt raus. Die Leute müssen gerettet werden. Wir müssen hier weg. Oh Gott. Warum denn wir? Als ob wir jetzt mit nichts an Bewaffnung? Schwul! Sie wird bestimmt sagen, sie liebt ihn. Komm schon, Clementine. Geht weg! Wer bist du? Wer ist denn? Naja. Warte. Das Fenster ist durch. Geht. oh mein gott oh mein gott er ist strong der gehstock der magische rettung der gehstock er kann alles schieb ihn da rein schieb ihn da einfach rein der hält oh nein nicht wieder so eine entscheidung wo wir jemandem helfen müssen er er schafft das sie lebt noch jetzt sie tot ich dachte wir können beide retten vielleicht ich dachte wir können beide retten wieso konnten wir nicht beide retten was soll das denn was was ist denn los wir hätten carly retten sollen nicht duck jetzt haben wir einen typen damit können wir uns nicht fortpflanzen falls es ja das vorbei ist aber als ob wieso haben wir nicht beide retten können was soll das denn was wo ist eigentlich der sack der uns niedergeschlagen hat da wollen wir hin wir sind bestimmt tot bist du dumm Oh, Mann. Bleib hier, Junge. Ja. Vielleicht. Glaub ich auch. Ich würde lieber das falsche Telefon machen als das falsche Telefon machen als das falsche Telefon nicht machen. Ich respektiere das. Ihr seid sicher. Oh mein Gott, ich versuche es. Und wir, du weißt, wenn das nicht besser wird, werden die Leute aufhören. Wie die Mädchen von oben. Oh mein Gott. Bist du sie einfach zu lassen? Du hast Carly gesagt, dass ihr die Schuhe gegeben habt. Ja, ich habe es. Vielleicht warst du richtig. Ich weiß nicht, wie man so etwas zu tun hat. Anyway, wir sehen uns bald. Wir hätten Carly retten sollen. Die hat eine Schusswaffe. Shit happens da unten einfach drauf auf dem Auto. So. Carly ist einfach tot. Aber sie hast doch unkannter unser Geheimnis. Wir mussten sie sterben lassen. Ja, das ist der beste. Ja, das ist der beste. Ja, das ist der beste. Oh Gott, das war richtig grausam gerade. Einfach diese Szene schauen. Zu viel Action. Oh, da ist Glenn. Wie geht's, Doug? Doug meine ich, ja. Entschuldigung. Doug? Wir können uns nicht schützen, können wir? Ich glaube nicht. Es passiert ziemlich schnell. Ich... Ich weiß, es ist dumm. Wir haben uns gerade besprochen. Aber... Ich meine, es ist... Es ist wahrscheinlich nur die Überlebende Sache. Ich mag sie wirklich. Sie mag dich auch sehr. Sie mag dich auch sehr. Kann ich sogar machen? Danke, Lee. Anyway, ich würde lieber allein sein, glaube ich. Ich verstehe. Warte, Lee? Was ist das, buddy? Wie hast du dich wählt? Wir beide brauchten dich. Du hast mich. Ja. Ich dachte, du bist stärker. Ich dachte, er ist stärker und mit ihm können wir zusammen sie retten und nicht andersrum. Der Kerl, der ist... Dem ist alles scheißegal. Nutte. Du mieses Stück Scheiß. Ich bring dich um. Eigenhändig. Versprochen. Und dann... Hey Duck, äh... Willst du es für einen Moment kühlen? Okay. Sorry. Oh! Ich bin sorry. Es gibt nicht viele Kinder hier. Nein! Es ist nicht das. Es ist... Ich habe wieder getroffen. Ich war da, aber... Ich fiel. Und mein Walkie-Talkie brach. Glenn hatte den anderen. Ja. Entschuldigung. Danke. Ich weiß, dass ich schwer sein muss. Ich bin einfach schuldig. Ich weiß, dass es keinen Sinn macht. Aber es ist wie ich mit meiner Mutter und Vater gesprochen habe. Und jetzt sind sie weg. Es ist weg. Vielleicht können wir einen anderen finden. Ich werde nur einen halten. Ich glaube ich. Lee, komm hier für einen Moment. Ich versuche ja mit der Sache. Ja. Ja. Ich kann meine Mutter. Sie ist cool. Ja. 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 Wo ist dein Problem? Auf das kleine Mädchen will ich aufpassen, ne? Anstatt dass sie uns einfach akzeptieren. Ja. Wir haben überall Momente. Ja, wäre er auch. Arschloch. Der Reporter ist tot, wegen mir. Du kannst nicht so sein. Du bist nur ein Mann. Ich weiß nicht. Wir sind Glück, dass du dich haben. Ich hoffe, das ist das Geräusch von uns zu gewinnen. Ich auch. Der Motorrad ist ziemlich gefährlich. Wir blocken die Entranken mit einigen Autos, und bleiben jemanden auf der Seite. Wir können hier bleiben, bis die Militärin durchführen. Ja, das klingt nach einem guten Plan. Ich auch. Wir haben Bedenken, wir haben Wasser, und das ist wichtig, wir haben Licht. Es sind schlechte Pläne, um zu Hause zu holen. Ja, du bist richtig. Ihr wisst, Leute, ich glaube, es wird okay sein. Oh, das ist das Dream Team hier. Das Dreigestirn. Die mit dem Chefin sind es hier. Was? Okay. Also Kapitel 1 haben wir wohl durch jetzt. Alleine. Was? Ich dachte, wir wären gut, wenn wir die Walkers überlebt. Ich habe nie erwartet, dass sie uns auszuprobieren. Was? Was? Ja. Ich bin wirklich hungry, Lee. Wir müssen essen, Lee. Soon. Hallo, ich bin Andrew St. John. Wir sind von St. John Derry. Es ist schön. Wir sind nicht wundervoll. Nicht repetieren was mit den Walkern in Herschel's Farm. Du wählst die Kinder in der Herschel's. Das ist jetzt hier. Aber etwas kommt, Lee. Es wird eine Kriege sein. Die Walkern nicht so viel wie sie die Bandics. Du wundervollst! Jetzt werden wir uns auf dem Weg in die Reise gehen! Es gibt viele von sie! Das ist sehr so, mich. Du nieg hast mich, mein Vater. Ich bin jetzt gerade mehr als verstört, deswegen... Du und Herschel angelogen, du und 73% der Spieler haben die Wahrheit gesagt. Wen würdest du retten, Duck oder Sean? Du und 47 Spieler haben sich für Sean gewählt. Okay, die meisten haben Duck retten wollen. Auf Kennys Seite, du und 84 Spieler haben Kenny verteidigt. Gnade, Irene die Waffe gegeben. Du und 45% der Spieler haben ihr die Waffe gegeben. Wen würdest du retten, Duck oder Carly? Du und 21% der Spieler haben Duck gewählt. Okay, das war klar, die meisten stehen halt auf Titten. Ich wollte damit jetzt nicht irgendwie andeuten, dass ich nicht auch auf Möpse stehe. Aber er wäre kräftiger gewesen. Mit ihm hätten wir was anfangen können. Und wir haben immer noch eine Frau dabei, also Kinder kriegen können wir noch. Ähm, ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder und bis dann. Tschöö